dann willkommen zurück bei borderlands leider hat uns der liebe kevin verlassen ich spiele jetzt mit blacky alleine weiter genau er musste jetzt doch ins schwimmbad ich habe keine ahnung was dann muss keine ahnung jedenfalls konnte jetzt nicht mehr naja ist nicht so schlimm er musste jetzt auf einmal woanders hin sagte und wohin kein schimmer wir müssen jetzt nur wieder zurück ja und da geradezu ist eine abkürzung kommen aber ein paar gegner wie du siehst der wurde gerade getroffen hier schon wieder fast tot und ich bin tot ach weil hinter mir war die saudi mal wie er da sitzt ja eine bau und die bette hinschmeißen nee ich mache mir einfach unsichtbar und jetzt riecht alleine feuer weil sie hier der limmel ja ich habe weggerabt und hatte so genau hier in dem leben da liegt leben ja ich so der brennt erst mal der blut ist alleine aus da ist aber noch ina noch zwei schockgranaten ich hab einfach mal mitgenommen dieser limmel da wo sind sie da ist unsere roboter clip drop grad getanzt ich weiß es nicht gerade aber kommen hinter uns oder ich habe raten psychopathen gehört wir können hier ruhig abkürzen hier bin ich noch eine knarre rum aber ist auch hier ist aber einer der brennt also nicht da ist kein brennen diesmal geile waffe hätte ich auch gern mit so 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 drehscheibe daran ist die waffe die auf den cover auch abgebildet ist ja deswegen ich hätte sie gern so das ist ein brenner da muss ich meine waffe ändern brauchst du schon nicht mehr hat die bitti ausgereicht so was bist du für einer die also die combo 3 für die ist ja schon klasse die rattert hier was der brenner ich nur ein brenner er wollte gerade wieder aus holen doch jetzt noch in auto jetzt er gebraucht scheiße ein drauf steht aber nicht so laut hier eine handfeuerwaffe ja ich sehe jetzt nicht was besser ist oder 70 war die bus wert die war nicht warte mal da vorne kommt noch ein großer da ist auch schon normal an fackeln da in der ecke die kisten so da hat das auch gleich hinter sich so jetzt hat das hinter sich da sind noch ein paar kleine ne nicht nur ein paar kleine da kommt her hast du gemacht ich habe tür zugemacht holen auf so will sie die es auch nicht hallo bleibt doch auf tür ist aber so einer ja weil ich nachladen drücke ist ja genau die taste wo man mit benutzen tun genau war eigentlich hier noch irgendwas ich weiß es nicht okay dann vor zur jemal gucken gibt es da was natürlich will ich ganz zum schluss auch eins haben mit einer hohe kapazität und natürlich sehr schnelle gesundheitsregenerierung ja klar weil der vorteil an den dingern ist dass die gegner dann kaum schaffen dich das runter zu schießen klar das ist der vorteil an den ich kaufe mal noch hier munition nach ich dachte jetzt schon auf die reicht mein geld und gucke ich unten 65.000 ja das reicht da kann ich ja gleich die abgeräts kaufen da ist es wieder alle also die mir noch fehlen so dass das 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 habe ich jetzt alles so jetzt habe ich alle sechstausende upgrades das ist auch ein vorteil leute also wenn man sich da die die reise die wir gemacht haben um uns das geld zu beschaffen ich überlege gerade ob ich mit black eventuell noch mal schneller hinreise warum nicht können wir machen weil hier durch rennen wir müssen ja sowieso nach feuer stone müsste ja ja da machen wir das auch ja ich besorgen jetzt erstmal noch die upgrades ja sagt wenn du fertig bist wenn ich welche brauche ich bin fertig okay ja dann machen wir eben noch mal schnell den trip dahin ja ist wirklich vorteilhaft also wenn er reichlich geld weil nachher diese diese was ich verkauft hatte was ich hier gefunden hatte weil die auch sehr teuer sind ihr habt ja gesehen wenn man sie verkauft kriegt man natürlich nicht so viel geld wie sie kosten also die kosten ich habe 57.000 gekriegt für das teil aber es hat dann wahrscheinlich über 100.000 gekostet ja so die kisten sind natürlich nicht auf ach jetzt überlege ich gerade oder kann das sein dass man das nur machen kann wenn ein neues spiel neu gestartet hat das kann sein wir prüfen das mal eben schnell indem ich nur mal schnell zu der kiste renne das kann sein dass es dass es nicht ausreicht ja das schätze ich mal und hier ist die mülltonne auch auf ja dann ist das dann hätten wir das spiel neu starten müssen können ja mal schnell dahinter rennen die sind ja auch alle offen nein ja so sieht das aus wenn man in die tiefe stürzt auch sehr schön wollte ich euch nochmal zeigen war mit absicht also nicht ja war nicht mit absicht ja hier sind auch die dann ist die kiste wahrscheinlich die waffenkiste da hinten aber wir gehen mal sicherheitshalber hin und prüfen das na scheiße ecke hier ja ok jetzt überlege ich gerade mal ich habe doch irgendwo hier noch eine gesehen wo waren die noch mal keine ahnung was muss das denn jetzt hier war sackgasse ja hier hier bin ich auch damals viel runter gefallen wie jetzt weil ich einfach da das nicht hoch gekommen bin ich auch nicht komischerweise kostet das kein geld ne wenn du so verreckst lass mich mal nachdenken kurz es könnte sein dass die da hinten oben war ähm also new heaven da weiß ich hundertprozentig wo alle da sind ja ein haufen kisten auf dem dächer und so versteckt da oben da oben ist auf jeden fall sind schränke sieht man schon mal da passkasten ist wieder zu hier ist gehe aber nicht ans brett weil da sind bloß missionen anzunehmen sonst haben wir nachher zu viele im inventar stehen weißt du so jetzt darüber jumpen muss ich mal platz machen ich muss ach scheiße hat er wieder nicht hat er wieder ist wieder die sprungtaste nicht gegangen so jetzt noch ja genau so sollte es sein ja wusste ich doch hier ist auch noch eine ach so ja ich komme nicht hin so ja beide gleicher werde ich immer wieder mit und gibt dann eine warte ich bin da leider nur 10.000 ja kannst du beides verkaufen wir kriegen doch alle das geld oder nicht nee das nicht wenn du verkaufst also das leider nicht dann immer hier zehntausender schrot ja das ist wenn du waffen verkaufst das geld kriegst du du alleine ja was denkst du warum kämen die ganze zeit die waffen ramscht naja und trotzdem hat er immer noch weniger geld als wir ja weil er natürlich das immer weiß ich nicht für was ausgibt für irgendwelche anderen waffen oder was weiß ich und die dann gar nicht nötig sind ja könnt ihr hier mal schön die aussicht gucken oh ich bin fast so weit gelaufen hier habe ich mal ein video gesehen ein bug der ist quasi oben jetzt hier da oben da oben ist er an so einer stelle mit auto runter gefahren also da war so eine art rampe war also glatt nicht so wie hier und da ist er so runter gefahren und ist unten angekommen also ich habe es versucht ich bin gestorben mhm der ist aber unten angekommen und ist dann da unten überall gefahren da in der südwüste hä stark das war wahrscheinlich ein einmaliger bug ja gut da können wir hier auch schon schätze ich auch mal dann werden wir auf jeden fall das werden wir dann aber nicht mehr mit aufnehmen wir werden hier nochmal herjumpen offline wir sind eure führer wer trifft die entscheidungen die für euer leben am wichtigsten sind die zuschauer schon mal bescheid ach kann ich aber gleich verkaufen hier ja stimmt vielleicht gibt es ja je mehr geld für weißt man nicht äh die hatte 37 41 schaden muss ich mal vergleichen ach kann ich gar nicht vergleichen jetzt 25 und meine 14 schaden kann ich die dann schon nutzen 13 ja die hat zwar nicht so hohe dings aber die ist weitaus schadenmäßig besser dann geht die weg wir werden hier gesucht siehst du das geht weg ja ich weiß man sieht nur dein gesicht geht weg geht weg die andere hatte 3 die andere hatte 3 3 3 7 ja dann ist sie besser geht die weg geht die weg 16 schaden 31 schuss 10,2 10,2 10,2 aber die hatte dafür wieder was 66 treffen ist die scheiße ach jeder revolver der kann auch weg ja ich hierdings mag ich nicht mit äh sag schon mit schock feuer ja schock hier mit weil blitze das schockt übelst auf die ogen kriegsvoller krebs davon für mich wir siehst das hier sind wir an der wand gepinnt ja wir sind gesuchte wieviel kriege ich denn ich auch aber hier der jetzt am meisten wert ist das eine milliarde ja der ist mehr wert als wir warte mal jetzt 66 0 und eine zahl ist eine millione da sind aber noch das sind aber noch 2 0 hinten ja bei ihm sind da 2 9 oder eine milliarde oder wenn er jetzt noch 1 dollar drauf kriegt ist er sowieso mehr wert wie wir boah der dicke hier ne den spielt übrigens dann der hüpfer ja wollte er sowieso das passt ganz gut habe ich gesagt weil die anderen 3 sind ja alle schon ja ja prima also sind wir ganz jemand wert genau das ist doch alle mal uns gefangen nehmen wir nehmen die Kohle an und dann befreien wir uns wieder ja wär auch ein Ding ja gell bis zum abwinken ne ja dann zurück nach Feuersturm so dem schlüssel den müssen wir hier nicht abgeben verkauft haben wir alles munition haben wir voll ja 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 prima dann können wir jetzt warte mal wie schießt die ja vorher aber ich tue ja meine feuerrate auch noch skilln auch da haut sie so zu ok ja die ist ja nur ich will ja hauptsächlich SMG nutzen dies soll ja hauptsächlich nur ja jetzt kriegt Kevin ja nicht aber die werden wir ihn aufheben die von dem Endgegner die Schrot ja aber warte mal ich hab grad ne Idee mhm Cephos wir könnten die Arena jetzt auch machen mhm die Schockernte müssen wir noch machen da werden wir wahrscheinlich gleich 2 Level auf weil da diese Wisse ja wenn wir mal die Schockernte erst machen und dann die Arena welches Level sind wir denn? 16 ja weil in der ähm Arena die dritte Runde da sind die Level 18 oh ja das wird hart genau ach so du musst schießen wir können doch rüber fahren war zu spät geht auch äh 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 ja der Kunde hier vorne hat nachher noch eine Mission für uns hier äh mit Scheiße am Ventilator will sie bloß noch so wie ist sie äh Schockernte ja ja naja ist alles öko hier alles auf Öko Basis so der hat schnell mal überfahren alles schön hier jetzt sind wir schon da wo bist du hin? ja ach so ich bleibe mit dem Auto sitzen ja das Auto kommt aber nicht mit ich wei in dem Fall nicht schade wenn du zu die größeren wo die größeren Tore sind da kannst du mit dem Auto dann durch schön ne fahren nicht du klickst dann wie hier ne da kommt dann so ein Ladebildschirm und dann bist du auf der anderen Seite mit deinem Auto hin ja hier guck hier guck ist das hier auch so ne Klingenblumen? weiß ich nicht so man guck mal hier den Shop prüfen so Position ist alle voll was haben wir hier das war auch voll ok ja hier hier gibt es jetzt leider auch wieder ein äh ein Claptrop den leider Kevin dann äh wird leider dann keine Inventararbeit haben schade muss er durch und die hier die tun richtig gut XP geben so immer schön aufs aufs Ogel schießen in der Mitte da das mögen die gar nicht man merkt ja das ist hier so der erste Vorgeschmack von dem Riesenteil was dann da in der Welt wo ich grad wo wir grad waren was da auf dem Berg ist na das sind dann hier seine Jungen oder so so kritisch so ja und hier müssen wir äh 50 Kristalle von denen hier schießt man einfach ein bisschen drauf dann kommen die alle vorausgeflogen man kann hier natürlich auch mit dem Messer hier äh abmessern aber das dauert das dauert ewig haben wir jetzt 5 hier oben hier kommen aber jetzt äh richtig große ne ich schick mal ein paar Granaten hin alles was ich habe so so der brennt der hoffen wir auch gleich brenn 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 du Arsch ja will Anlauf nehmen pack ich hier boah hinterm Stein hier packt der jetzt ne der natürlich nicht der ist Geschichte kommst du klar ja ja bis jetzt läuft alles die sind ja nicht mehr so äh so extrem ne ja die gehen eigentlich sie halten sich in Grenzen also ich hab die äh schlimmen Erinnerungen da waren wir allerdings noch nicht so ein hohes Level hier ich noch eine Ampulle ja ich brauche gerade aber erst keine nein 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 mal ein bisschen anfackeln wie das Leben aus dem Rausch sprudelt war tja der Feuer ist alles ok hier wo war die hier der lebensamt voller hier wo ich stehe hier wo ich stehe ich hatte auch schon eine geschehe so kommen glaube ich noch ein paar ich bin mir nicht sicher oder war das jetzt alle was war schon alle waren ja auch genug ich glaube wir zudrückt gewesen werden wenn wir mehr gekommen weil ich weiß man mit messer versuchen und hier muss man auch hier fliegen die jetzt kilometer durch die gegenseite zähne dann haben muss man gucken zähne haben wir ja ja weil das letzte mal wo ich das hier mit einer anderen charakter gespielt habe da fehlte mir eine ich hab sie nicht gefunden stopp war wahnsinn mit ins auge ja die fiecher geben richtig gute xp 600 oder so naja das ist richtig nice kommt zurück du schwein ich will dein auge gib uns dein auge noch ein paar ja auch genau so wir sind bedient so 15 15 ja moment ja 15 prima stinkhau ja so leider bei euch die munition nicht die brauche ich jetzt kommt noch mal wir gehen aber erst mal bevor wir hier ein bisschen wille schlagen gehen wir erstmal hier hoch hier ist eine waffenkiste und ein speicherpunkt was genau das ist eine exklusione exklusione ja nehme ich mal die schotty und hier granaten so den kleinen stinker da unten sie ist sogar besser als meine also benutze ich die auch gleich mal hier unten brenne von da oben da kommen richtig harte blauen augen und so mit blauen augen soll ich drauf ballern schon mal brennen so die kommen jetzt hier hoch ist klar jetzt verteidigen hier auch der blaue augen hat mich runtergeschubst sie so schubser aber dann geht es dann geht es in den nahkampf wo wer war das wo ich bin ich tot wo ich meine fliege und ich bin weg nein 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 wo bist du ich war gerade am leben und jetzt wird wird auch da vorne aber ich bin doch tot ich bin doch am leben ich renne mein leben wer war das denn scheiße ein grüner bist du da hochgerannt jetzt ein grüner ja ich wollte dir gerade sagen da kommen nämlich noch mehr wenn du da hoch bist ich bin weg so so seid ihr klein besser und gleich das leben was da lag hätte ich gern gemacht so aber der hält ganz schön was aus der grüne hier komm zurück m nur blau auge alter ich hab dir nicht getan kriegst du ihn richtig viel ausgehalten das ist ja nicht ach siehst du und deswegen bin ich erst hier hochhörern wir droppen hier oben nämlich und level ab das ist auch ein neuer Sniper so im flug habe ich den erschossen hier liegt noch medikits ja ich will erst ein bisschen money aufsammeln hier hier ist ein artefakt für mich sirene zieht ihr alle rinnen da sind noch mehr medikits hier und hier du brauchst sie selber ja echt ey so da vorne liegt auch noch medikits hier ja sie haben ganz schön reingehauen so da sind noch mehr oben ich schmeiß mal granate hole und die betty so gleich noch eine jetzt zu wissen was fahrs ist ah hinter mir ist ja auch einer boah ein blau auge wo kommt der denn her und fast tot wieder nix da so hat die meine feuerwalze getroffen der hat zweck gerät so ich tu mal eben schnell meinen punkt verteilen mach das nehm ich wieder feuerrate da muss ich mal nachher mal durchlesen was das nochmal war damit ich geheilt werde wenn ich meinen unsichtbar mache weißt du ja dann würde ich das nämlich dann auch gern skillen alter jetzt bereue ich doch einmal diese scheiß Spucker Dings hier die äh genau boah tot hast du ihn? und ich lebe wieder ey was hat mich hinten in den Rücken geschossen? na der hier der Stinger hier ist ne Waffenkiste eins für dich eine SMG oh ja und SMG Munition und Granata noch eine Granata aber bis jetzt behalte ich erstmal weil die feuer ist ähm aber warte mal ich könnte die doch gegen die gegen die Handknifze Handknifze brauche ich nicht erstmal nicht mal gucken was für ne Geschwindigkeit die hat oh die hat sogar mit ja ja der Nachteil ist jetzt natürlich dass ich jetzt äh zwei Waffen drin hab die selbe Munition ne ja verbrauchen gleich viel ne wenn der eine leer ist ist die andere auch leer hast die kristalle schon ja gut die Hälfte haben wir schon hier ist nochmal eine Munitionskiste äh aber nur für mich SMG fast na gut einmal war Sniper dabei ja da oben konnten wir da jetzt noch die Munition was mitnehmen ich meine da war nix mehr oder ein bisschen nachher rum und was noch kommen und und revolver so hier haben wir einmal hier wird's auch gleich nett warte mal da schmeiße ich mal da bauen die hier hin wir sind da hallo wir sind da hallo kommt da mal eine hin und da noch eine hin da liegt der claptrop schon siehst ha mit einem Schuss in der Bühne und weg ist er zeigt nur deinen Kopf und ihr seid weg so jetzt können wir mal hier hin rennen oh man ey ey wenn ich mich nicht bewegen würde ne dann hätte ich das viel leichter ja die Null ist hier rein zur Abschlacht geben überall muss man sich vorankämpfen so ich mach mal einen Abgang bis mein Schild wieder da ist Munition wäre auch ganz nett ja Sniper macht das schon hier oben ist noch eine Waffenkiste ja hier lebt aber noch irgendwo einer oh mal gucken Granatenmods sind hier drin ah ist der besser jetzt wie meiner bestimmt ich mal austauschen kann ja nochmal nachprüfen äh ich hatte Bounty Betty drin mit 22 tatsächlich und der macht 42 jetzt hauen sie noch mehr rein hier kannst du dir auch noch einen neuen Granatenmod aussuchen wenn du willst oder sowas oder sowas gibt es da denn ähm einmal ein mit Strom und einmal ein ähm mit Heilung da tust du quasi den Gegnern die Energie Lebensenergie aus dem Körper darum und äh wenn du sie wenn du es gleich mit reinfügen willst dann brauchst du bloß gedrückt halten hier oben ja ja ne wenn du eins davon gleich in deinem Dings haben willst ab sofort benutzen willst dann hältst du bloß gedrückt ja und das Leben geht dann auf dich über das kommt so angeflogen so Art so Pluszeichen das ist so rote ja ja hast du alles äh müsste 35 jetzt sein ne ja so da drüben ist auch noch was ja da kommen auch gleich noch einige hier dürfte auch noch eine Waffenkiste sein hier kommen wir oh wir machen mal einen Schnitt wir sind schon wieder bei 31 über